Sie hören Stefan Ludwig, Zorn, Blut und Strafe, gesprochen von David Nathan, eine Produktion des Audio-Media-Verlags. Erster Teil Er ahnte sofort, dass etwas nicht stimmte. Claudius Zorn war ein einfach gestrickter Mann, ein Träumer, der abwesend durch sein Leben stapfte, als wäre er nur kurz zu Besuch, versunken in einer melancholischen und oft etwas trüben Gedankenwelt. Ein Mann, dessen Blick meist nach innen und selten in die Ferne gerichtet war, kein Wunder also, dass er kaum etwas von seiner Umwelt mitbekam. Doch selbst er, dessen Antennen, falls sie jemals existiert hatten, im Laufe der Jahre verkümmert waren, registrierte die Signale in dem Moment, als das Gartentor klappernd hinter ihm ins Schloss fiel. Hier stimmt was nicht, stellte Zorn also fest und lief neben einer mannshohen Buchsbaumhecke auf das herrschaftliche Haus zu. Schnee knirschte unter den Sohlen seiner abgewetzten Stiefel, sein Atem kondensierte in der abendlichen Dezemberluft. Nee, wiederholte er in Gedanken, als er in den Schatten des Vordachs trat und die ausgetretenen Granitstufen der Eingangstreppe erklommen, irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Eine Feststellung, die weder eine besondere Beobachtungsgabe noch außergewöhnliches Kombinationsvermögen erforderte, denn die halb offenstehende Haustür, ein Ungetüm aus schwerer Eiche mit schmalen, vergitterten Bleiglasfenstern, war kaum zu übersehen. Zorn stieß die Tür mit der flachen Hand auf, diese schwang knarrend nach innen. Der Geruch der Villa nach schweren Teppichen und altem Holz wehte ihm aus der Dunkelheit entgegen, gemischt mit dem würzigen Duft von Kaffee und Apfelsin. Ein warmer, fast tropischer Hauch der Zorns Brille beschlagen und ihn gleichzeitig frösteln ließ. Hallo? Zorns Stimme verlor sich in der Tiefe des Hauses, zögernd sah er sich um. Der Volvo parkte direkt vor dem schmiedeeisernen Gartentor halb auf dem Bürgersteig unter einer Laterne. Es hatte aufgehört zu schneien, die letzten Flocken torkelten durch den Schein der Natriumlampen und schmolzen auf der Windschutzscheibe. Die Fenster der Häuser auf der Straßenseite gegenüber waren erleuchtet, die gepflegten Vorgärten von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Ein gelber Kleinbus rauschte vorbei, der Asphalt glänzte wie mit Millionen winziger Diamanten übersät. Zorn wandte sich wieder um. Als er die Eingangshalle betrat, erwachte im oberen Stockwerk eine Standuhr zum Leben. Sechs tiefe, getragene Glockenschläge halten durch die Stille. Majestätisch, geisterhaft, fast bedrohlich. Der alte Mann legte Wert auf Pünktlichkeit. Ebenso wichtig war Sauberkeit, erinnerte sich Zorn, als er die Abdrücke bemerkte, die seine nassen Stiefel auf dem lackierten Eichenparkett hinterlassen hatten. Doch er zog weder die Schuhe aus, noch machte er sich die Mühe mit dem Abtreter neben dem Jugendstil Garderobenstände aus poliertem Messing. Seine Gedanken kreisten um etwas anderes. Etwas stimmte nicht. Zorns Blick folgte den Stufen der geschwungenen Treppe nach oben, wanderte über die holzgetäfelten, vom Alter geschwärzten Wände wieder hinab, glitt über die hohen Zimmertüren. Es waren drei, unter der mittleren drang ein schmaler Lichtstreifen hervor. Er trat näher, klopfte, zaghaft zunächst dann etwas stärker. Keine Reaktion. »Schläfst du? Ich meine...« Zorn verstummte. Abgesehen davon, dass die Frage ziemlich dämlich, regelrecht hirnrissig war, wusste er nicht mehr genau, ob er den alten Mann bei ihrer letzten Begegnung geduzt hatte. Doch auch das war im Moment ebenso nebensächlich, wie die Abdrücke seiner verdreckten Stiefel auf dem Parkett. Er griff nach der Klinke, spürte das kühle Messing an den Fingern, sein Puls beschleunigte sich, obwohl er sich sagte, dass er sich das alles nur einredete. Eine offene Haustür bedeutete noch lange nicht, dass etwas Schlimmes geschehen war. »Zorn war nicht freiwillig hier, weiß Gott nicht, doch er hatte versprochen, den alten zu besuchen, und...« Die Tür schwang nach innen. Zorn schloss geblendet die Augen, öffnete sie, sah nur ein milchiges, verschleiertes Bild und nahm die Brille ab, wischte die beschlagenen Gläser am Jackenärmel ab und setzte sie wieder auf. »Raus hier!« »Raus hier!« Vielen Dank.